Herzlichen Dank, Rüdiger, dass du hier bist heute. Hallo Felix. Für alle, die Rüdiger nicht kennen, er hat das Geschäft probieren und genießen hier in der Innenstadt in Mannheim. Und jetzt inzwischen schon seit wie vielen Jahren? 24, 22, so irgendwas. 98 aufgemacht, ja, kann man ausrechnen, 24. Plus minus Corona-Jahre, also von dem her einige Jahrzehnte jetzt schon als Fachmann für? Ich würde mal sagen, mehr Genuss im Leben, weil wir reden über Schokolade, wir reden über Whisky, wir reden aber genauso gut über Essig und Öl. Wir reden einfach mehr Genuss im Leben. Es ist ein Unterschied, ein Bier, ein Wein zu trinken oder eine Spirituose zu haben, die man genießt. Das ist nichts zum Durstlöschen, sondern zum Genießen. Kostet auch ein bisschen mehr. Gin ist ja in den letzten zehn Jahren gefühlt komplett durch die Decke geschossen. Auch markenanzahltechnisch, also ich bin ja persönlich auch großer Gin-Fan und sammle ja auch so ein ganz klein bisschen. Aber also, was ich an irgendwie großen Gin-Sammlern sehe, die dann inzwischen irgendwie 600, 700 verschiedene Flaschen zu Hause haben und die sagen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was existiert an Menge. Aktuell ist es so, jeder macht irgendwie Gin, der nichts zu tun hat. Wirklich wahr, du kriegst jeden Tag, kommt zu mir bald jemand und sagt, wir haben einen neuen Gin, müssen wir unbedingt probieren, das ist ganz toll. Wie viele davon sind wirklich toll, so im Durchschnitt? Also ich habe bei mir im Laden steht eine ganze Batterie an Mustern und Samples. Ich komme gar nicht mehr nach, das alles zu probieren. Und es ist wirklich so, ich habe manchmal richtig schlechte Laune, weil es kommt ein Typ zu mir, der sagt, das ist alles ganz toll, musst du probieren. Und du probierst es in den ersten und denkst, zweite, dritte, auch noch. So, dann hast du fünf Stück hintereinander probiert, die waren alle irgendwie kacke. Und du denkst, scheiße, und der Abend ist hin. Nach fünf probierten. Nach fünf probierten Gin, die alle nichts irgendwie sind. Und du denkst, was will der von mir? Aber jeder macht natürlich irgendwas und jeder denkt, seins ist das Beste. Logisch, muss er auch, sonst kann er es ja nicht verkaufen, wenn er von vornherein denkt, das ist nichts. Da braucht er gar nicht anfangen. Aber das ist so auch mein Job. Also ich habe ja ein Ladengeschäft und ich will meinen Kunden was bieten. Das heißt, ich mache die Vorauswahl von dem und ich bilde mir ein, mittlerweile eine Ahnung zu haben, was ist Qualität oder was ist Nichtqualität, unerhängig, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt. Aber ich bilde mir ein, Qualität von Nichtqualität unterscheiden zu können. Das heißt, ich probiere alles, stelle es in meinen Laden. Und wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne XY in Geschmacksrichtung so und so, ich will das und das machen, dann kann ich sagen, okay, das und das könnte passen. Probier mal. So, das ist das, was ich mache. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, sich über Geschmäcker zu unterhalten. Aber wenn du es versuchen würdest, was unterscheidet Qualität von Nichtqualität? Wenn man jetzt Spirituosen nimmt, gibt es einfach innerhalb des Alkohols eine bestimmte Qualität, die sich zusammensetzt über die Destillation, wie sauber ist gearbeitet worden. Wenn man beim Whisky geht, bei Kognak, bei Bränden, wie ist es gereift, wie alt ist es? Und wenn du das in den Mund nimmst, dann passiert irgendwas. Und einfacher, schlechter Alkohol, der brennt und beißt. Du schluckst ihn runter, dann ist er relativ schnell weg. Während ein guter Alkohol sehr vollmundig, sehr komplex ist, sehr aromenreich. Auch wenn er weg ist aus dem Mund, bleibt er noch schön lange da. Und das ist für mich eine Qualität. Und leider setzen viele der Gin-Menschen auf Geld. Das heißt, es muss billig sein, es muss schnell verfügbar sein. Zack, zack, zack. Und du trinkst den Gin und sagst, schlechter Alkohol, schlechte Zutaten, alles irgendwie nichts. Und wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst, den Hills & Hava, ist ein schöner Start-up aus Schottland. Richtig gute Qualität, tolle Idee hintendran. Und wenn man den trinkt, du denkst, du sitzt irgendwie am Meer, hast einen Cocktail im Mund mit Mango, mit frischem Meerwasser. Das ist das, was ich mit Qualität verbinde. Ich glaube, es gibt keine Ahnung, wie viele Gin-Selbstmach-Kids auf Amazon. Deutlich weniger mit Whisky, habe ich festgestellt. Es gibt sie auch. Es gibt Gin-Selbstmach-Kids, die ich noch nie gehört habe. Ohne Ende. Was ist das? Also was kommt und was kriegst du? Es ist Ethanol mit Wacholderbären eigentlich und das war es auch schon. Im Prinzip, genau. Und aktuell ist diese alkoholfreie Gin-Variante für 20, 30 Euro zu haben. Und im Moment mache ich mir ein bisschen den Joke draus, dass ich die Leute in den Teeladen nebendran schicke und sage, kauf euch einen Kräuter-Tee, gieß den einfach auf, lass ihn kalt werden und dann hast du deinen alkoholfreien Gin. Ist zwar ein bisschen ganz schwarz-weiß gemalt, aber im Prinzip, sorry, ist es das. Was ist denn von all den Dingen, die du verkaufst, also von den Kategorien, sage ich mal, Whisky, Schokolade, Essig, was ist denn dein persönlicher Favorit, einfach hinsichtlich Genuss? Was davon magst du selber am meisten? Espresso. Espresso. Nein, Quatsch. Ich bin ein Espresso-Freak, aber ich verkaufe auch ein bisschen Kaffee, aber das ist ein nettes Thema. Ich bin absoluter Schokoladen-Nerd. Ich mag Whisky sehr gern, ich trinke auch sehr gern Rum. Das ist so meins, wo ich sage, wow. Und es gibt ganz schwarz-weiß gemalt immer eine Gruppe Leute, die bestimmte Geschmacksvorlieben haben. Also es gibt die Kombination Rum und Whisky oder es gibt die Kombination Whisky und Gin. Dass jetzt jemand alle drei Kategorien mag, ist eher super selten. Also so die Leute sagen, ich hätte gern Rum oder ich hätte gern Gin oder anders. Aber dass jemand sagt, ich hätte alles drei gerne, ist unterschiedlich. Es funktioniert auch alles ganz unterschiedlich. Es gibt auch ganz verschiedene Situationen. Ein Gin ist eher so ein Longdrink-Cocktail, wo du einen großen Becher hast irgendwie, da trinkst du, schlapperst du zwei Stunden. Ein Rum ist ein Sommergetränk, vielleicht mit einem Espresso, mit einer Zigarre, so schön draußen sitzen, genießen. Während ein Whisky so ein ganzjahres Wintergetränk ist, wo du mal so im Kamin-Sessel quasi sitzt mit einem Buch, gute Musik. Und dann trinkst du halt so ein kleines Gläschen Whisky. Das ist so, also so wohlfühlen, relaxen, runterkommen, genießen. Das ist das, was diese Getränke machen und für jede Situation halt ein bisschen anders. Und der Vorteil beim Gin, deswegen ist er vielleicht auch gerade so populär, du kannst alles machen, was du willst. Beim Whisky, Wasser, wow, heiß, wow, bloß nicht. Beim Rum schon ein bisschen, ja, okay, aber beim Gin, du kannst wirklich alles machen. Du kannst Gemüse reinschmeißen, du kannst wirklich alles, im Moment, wir haben zu Weihnachten, wir haben den Leuten Essig verkauft, 40 Maracuja-Essig für in den Gin. Und die Leute haben es geliebt. Die sagen, wow, was ist das? Geil, sowas will ich. Und die haben gekauft, gekauft, gekauft. Also das funktioniert. Und du kannst halt wirklich alles machen, was du willst. Also es gibt auch guten Gin, nochmal. Es gibt, es gibt guten Gin, natürlich, klar. Und es ist auch richtig Genuss, aber du kannst ihn so trinken, wie du willst, verstehst du? Beim Whisky bist du, bist du gebunden. Geh, geh in den Whisky-Club, geh, geh irgendwo hin. Ja, Cola mit Whisky, what the fuck, geht gar nicht. Ähm, Eiswürfel rein, wuuuuh, nee, auch nicht. Also du trinkst den pur und dann lässt es halt bleiben, Punkt. Aber beim Gin, du kannst machen, was du willst und das ist der Vorteil. Zumindest mit den hochwertigen Whiskys. Ich sage mal, wenn man jetzt in die etwas größeren Destillereien geht und dann in die etwas modernere Barkultur auch irgendwie reingeht, gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele Whisky-Drinks. Es gibt sehr gute Cocktails auf Basis von Whisky und von Rum und von Gin, natürlich, klar, logisch. Aber, sage ich mal, so wie auch der Kaffee, der Espresso, die Krönung des Ganzen ist, wo sich auch die Bar, die die Kaffeeshops unterscheiden, wenn du mal Espresso trinken gehst und du gehst wo rein und du sagst, oh, was kommt denn jetzt für ein Blöcke Zeug, so Wasser, schwarzes Wasser. Das ist kein Espresso. Da sieht man, hat der Typ, der hinten dran steht, was drauf oder nicht. So, und das ist auch beim Whisky so. Du kannst den pur trinken und dann muss er gut sein. So, und wenn er halt nicht so gut ist, wenn er auch günstig ist, dann kannst du logischerweise einen Cocktail draus machen. Es gibt sehr viele gute Whiskys für Cocktails. Wenn ich Alkohol trinke, Whisky ist das Beste, was ich machen kann. Es ist langgereifter Alkohol, er ist langkettig, er belastet den Organismus nicht, er ist kohlenhydratarm, lässt den Blutzuckerspiegel nicht dobsen. Ich habe am nächsten Tag keinen dicken Kopf, wenn es eine gute Qualität ist. Und er macht einfach Spaß, weil er vom Geschmack toll ist. Es gibt nur aus Schottland 1200 Whiskys. Das kann ich mein ganzes Leben lang trinken und probieren und komme überhaupt nicht zum Schluss. Meine Kumpels vom Whisky-Verein, die haben das größte Problem, dass sie mit ihren Samples nicht nachkommen. Das ist halt ein Luxusproblem. Absolutes Luxusproblem. Wenn man sich damit auskennen möchte, dann kann man sich damit beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein Bereich, der für mich auch sehr, sehr neu war, bevor ich das erste Mal im Probieren und Genießen war. Und der aber super, super interessant ist. Ich glaube, auch viele zu Hause werden sich jetzt vielleicht da mal ein-, zweimal reinlesen, vielleicht auch mal vorbeikommen, sich mal beraten lassen. Richtig. Also es ist nicht so, dass man jetzt den Zug verpasst hat, weil, was weiß ich, der Jahrtausendwechsel schon rum ist. Es gibt, jedes Jahr gibt es neue Whiskys von allen Destillern, die es so gibt. Neuerscheinungen, limitierte Sondereditionen, wo du zugucken kannst. Aktuell ist es so, vieles kommt auf den Markt für Preis X und steht zwei Tage später Preis dreifach, vierfach in der elektronischen Bucht im Internet für wirklich alle, die den Zug verpasst haben. Super. Dann ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute Abend auch da warst. Ich danke euch, dass ich da war. Und nach der kleinen Werbepause geht es auch schon wieder weiter. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank.